Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Witcher. Wir sind jetzt in den Kloaken und ich merke gerade, wie meine Stimme langsam versagt, weil heute wird viel aufgenommen. Ich habe heute schon Zelda mal wieder aufgenommen. Ertrunkener, wohnen müssen wir. Okay. Nein. Stopp! Lol. Ein einziger Schlag. Okay. Wir hauen langsam echt Damage rein. Muss man ja mal so sagen. Wir haben es langsam echt drauf. Warte mal kurz. Mal kurz was gucken. Charakter. Da ist das C. Ne. H. Genau. Beziehungsweise Kält. So. Wir haben ja hier... Wir haben ja schon alles bei den beiden. Hier muss man noch die letzte Riege machen. Und hier kriegt man dann zwei Silber und das hauen wir dann direkt hier auf Starkes, auf dieses Silber hier drauf. Bevor wir dann das beim Stahlschwert machen. Da kann man hier schon echt coole Sachen. Und dann können wir das Gold haben. Wird auf jeden Fall lustig alles. Also ich freue mich schon auf manche Sachen. Wir werden langsam echt schon... stark. Ne, da hinten müssen wir lang. Hier rein. Also wir machen auch langsam echt guten Schaden. Muss man ja einfach mal so sagen. Aber ja, sind auch schon länger im Spiel. Oh. 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 Und hab. Wir müssen jetzt da hinten hin. Ratten unterm Wasser. Guck mal da hinten. Da sind... Schweine sind dort hinten. Okay, die Greifers. Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fis-Tech abgreifen. Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nett mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Salamandra. Ich werde euch helfen zu lügen. Verschwindet! Äh, wir nehmen bitte das andere Schwert. So. Der hat keine Schocks. Du greifst viel zu langsam an, Freundchen. Und weg ist er. Aha. Überreste. Ein kleiner Schlüssel. Der hat nicht, der war einfach nur. Der war Deko. Im Wasser des Wortes. Oh, komm mal jetzt hin. Es wird spannend. Spannend. Schau an, wen haben wir denn da? Hexer Geralt. Angus schickt mich. Wen wollt ihr hier verarschen, Hexer? Ihr seid in eine Löwengurbe geraten, Wölfchen. Loll. Zudem müssen wir erst bei den Mäuschern, müssen wir erst mal ganz schnell... Hmm. So. Kanter. Oh Gott, das war zu... So, da haben wir ausnahmsweise mal pariert. So, komm her. Du bist jetzt ein Haufen... Wir machen ja neben kein... Wir haben das falsche Schwerthausen, kann es sein? Ne, wir haben das breite, ne? Nein. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Das macht gar keinen. Hier, eh wieder. Na komm, jetzt ist er weg. Er hat viel ausgehalten. Komisch. Wir nehmen doch das Geld mit. Hier kann man auch das... Fistisch, das kann man bei einem Händler relativ gut wegbekommen. Ja, Schwarzpulver. Wer es braucht... Kennen wir die Kruft, ne? Wir gehen mal... Nimm das! So, ich hab jetzt das, wo... Bei drei Leuten... Mehr als drei Leute da sind, dass wir extrem viel Schaden machen. Einfach... Angreifen... Nehmt das! Und... Ich reiß euch die Eingeweide raus! Bei dir nehmen wir das hier. So, und jetzt ist er weg. Das war mal ein Kampf. Ja... Was macht der hier eigentlich? Das macht der. Ich glaub, das war dumm, den jetzt zu nehmen. Ja... Ach, weißt du, solange wir eigentlich nicht voll sind, können wir auch die komischen Dinger mitnehmen hier. Ja, okay, wir nehmen, wir lassen es sein, erstmal... Wir lassen es erstmal sein, das holen wir jetzt erstmal wieder weg. Einfach weg damit, ach... Die braucht man echt nicht. Gold nehmen wir gerne mit. Ja, guck mal, alles mitnehmen wir. Der Rest ist uninteressant. Tücher haben wir auch lange nicht mehr gefunden, ne? Können wir hier raus. Nö. Nehmen wir hier noch die kleinen Schränkchen auseinander. So, da kriegen wir ja her. Wo kommst du denn her? Der hat abgewehrt... Ja. Okay, das war wieder zu früh. Aber wir machen mal... Überkommen. Ihr seid tot. Okay. So. Komm, jetzt. Bring ihn um die Ecke. Komm. Ah, jetzt haben wir... Ja, jetzt machen wir die Kompo auch zu Ende mit dem... Bevor wir dann hier alles wechseln. Ich werde euch töten. Guck mal, der zieht jetzt richtig was ab. Ah, das ist der leichte Schlag, ne? Jetzt hab ich den schweren Schlag gar nicht genommen. Idioten sind tot. Ja, keine Ahnung, wo der andere ist. So. Und hier haben wir noch mehr Gold. Wie war man denn den letzten umgebracht? Also den zweiten. Das könnte da theoretisch sein, auch nicht. Vielleicht das? No. Ne, ne, ne. Da waren noch drei. Bis hier vor... Ja, war noch zehn Gold. Vielleicht war es der es. Oh, okay. Ich will zeigen, da gehen wir erst mal da lang. Oh, wow. Süß, ne Erdbeere. Ne, warte, 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 warte. Ne, halt, stopp. Wir setzten diesen Trank hier rein. Aua. Wir stürmen rein. Mit diesem Schlag. Also klar, wir könnten jetzt sterben. Wir hätten speichern sollen. Das war dumm. So. Aber wir sollten jetzt verdammt viel Schaden machen. Und der ist jetzt auch erst mal weg. Und. Na, komm, jetzt. Komm, jetzt der schwere Schlag. Und der ist jetzt auch gleich weg. So. Lappen. Wir können gar nichts. So. Was? Maha-Kam. Kampf. Achso, Maha-Kam-Kampfhammer. Ja, Broschen braucht keiner. Die sind sowieso nichts wert. Pistash ist sowieso. Ist schon eher was wert. So, ja, der hat nichts. Ja, komm. Ja, wenn wir schon mal hier dabei sind. Wobei das hier so eine Kurve macht. Wir gucken mal erst mal weiter, wohin uns der Weg führt. Der ist verschlossen. Der Pisskopf. So, jetzt. Wer ist hier der Pisskopf, hm? Aber wo sind wir denn jetzt eigentlich? Gibt es zwei Wege? War ja nicht gerade einer verschlossen. Nee, den Gang gehen wir nicht. Den gehen wir zum Schluss. Los. So. Der Lappen wird jetzt erst mal... Ich reiß euch die Eingeweide raus. Und jetzt ist er... ...tot. So, du schubst jetzt auch. Das hat jetzt was gebracht, um zu kämpfen. Richtig. Nichts, nichts. So. Tschüss, Töch. Und den looten wir auch nochmal schnell. So. Kill. Kill them all. So. Da kriegt man ganz viel Futterzeug. Und die... Schau weg den Schmarrn. Mh, Schmalz. Jawohl. Ganz ehrlich, ich finde... Manche machen sich halt so Schmalz immer so drauf, ne? Ich finde das so eklig. Also so auf die Schnitte, ne? Also kein Ohrenschmalz, aber Schmalz halt, ne? Was für ein gefährlicher Gegner. So. Wir werden jetzt erst mal nochmal auf die Karte schauen. Und werden erst mal hier reingehen. Nehmen wir das Gold mit. Gold. Gold, ja. Uh. Ja. Naja. Ist ja mau. Dieses Schwert. Das ist ein großer Raum. Und nein, bitte sag jetzt nicht, dass es... Ne, denke ich mal nicht. Schobst mich nicht. Ich arbeite. Das ist nicht einfach, wisst ihr? Aha. Hier ist also ein krasses Drogenlabor. Mhm. Komm, essen. Meine Eier, Junge. Ja, das liegt daran, dass deine Eier verbrannt sind. Die sind hart gekocht. Ah, sag ich ja. So, jetzt kommt's in den letzten großen Raum. So. Erstmal einen nach dem anderen locken. So, gehen wir wieder hier nach oben. Was wird uns jetzt hier wohl erwarten? Warte mal kurz. Stopp. Was ist das eigentlich? Schmerz. Oh, die zwei Läppchen Gold. Ne, du hast ja noch nicht mal Gold. Erstmal haben wir euch um. So. Nach einer Kombo solltest du erst mal weg sein. Weiß aus. Ich werde euch töten. Ja, ja. So wie die ganzen vor mir es getan haben. Guck dir das an, wie du mich tötest. War schon fast knapp. So, wir stehen kurz vor unserem Ziel. Los. Was ist das für eine Kiste? Wir bekommen die doch bestimmt nicht nur einfach so. Ja gut, wir haben uns hier durchgeschnitzelt, ne? Das ist ein Hinterhalt. Brief von Gellert Blenheim. Wir haben doch hier Schmalz. Gänse, Schmalz, Nierenfett. Was ist das für ein Schlüssel? Schlüssel. Wir haben Erfahrung bekommen. Brief von Gellert Blenheim. Unser Lager am Sumpf arbeitet nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Fistech zu gewährleisten. Das muss sich schnellstern ändern. Es wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen. Doch jetzt zu den anderen Dingen. Kein Hinterhalt. Wir nehmen natürlich auch das Brot mit. Dafür essen wir... Die ganzen Ringe, weißt du? Ganz ehrlich, die müssen wir echt verkaufen. Ne, komm. Was haben wir hier? Ja, eigentlich Müll. So. Und bevor wir... Einfach nur daraus hin... Wir speichern erst mal. Ne, wir speichern noch nicht. Jetzt noch nicht zumindest. Die Puppen, ich dachte gerade, da stehen noch welche. Ne, wir müssen jetzt hier lang und dann links. Haben wir ja alles erkundet? Gibt es doch irgendwas? Nein, wir haben alles erkundet. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Lol. Licht rot. Okay. Hier ist also auch schon die Regierung hingekommen. Sehr gut. So, aber bevor wir hier rausgehen, würde ich sagen, das war es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, kommentiert, lasst doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020